Ich bin Richter aus San Iliubio. Ich komme ursprünglich aus Brasilien. Ich mag gerne zu lehren und meine Studenten inspirieren mich. Also ich unterrichte für dem und deswegen ist das, was mich inspiriert, meine Schule. Wenn ich Schule habe, die motiviert sind, bin ich auch motiviert. Und wenn die nicht motiviert sind, dann ist es für mich ein bisschen hart und das inspiriert mich, meine Studenten.